So, wir haben hier jemand mit Pinsel, ist ja unfassbar. Um nochmal auf das Pizza-Thema zurückzukommen, ich glaube, am liebsten mag ich tatsächlich Speziale. Also Speziale ist so meine Go-To-Pizza. Allerdings muss ich auch echt sagen, Pizza ist geil und wenn wir Pizza bestellen, dann bestelle ich eigentlich oft wirklich was anderes und probiere mich durch und bin da wirklich nicht so auf eine bestimmte Sorte, ich bin nicht schnell genug weggekommen, auf eine bestimmte Sorte fixiert. Sondern wirklich, bei Pizza ist wirklich das Schöne, dass man eben alles drauflegen kann. Ich meine, es gibt Pizza mit mehr oder weniger wirklich allem und es ist wunderschön. Und es schmeckt, es schmeckt einfach, vieles schmeckt tatsächlich auch, weil es einfach auf den eigenen Geschmack ankommt, ja. Egal was man mag, man muss einfach nur entsprechend das Zeug auf die Pizza legen und dann läuft... Ich sterbe so schnell! Ich sterbe so schnell! Ich sterbe so schnell! Wie viele Leute sind denn da? Mann! Drei Stück, lecko mio! Aber hey, wenn es drei Leute braucht, um mich hier zu erledigen, dann beschwere ich mich spontan auch nicht. Alter! Komm schon! Von da hinten! Das gibt's doch nicht! So stirbt doch normalerweise kein Mensch, ey! Jetzt mal ernst... Oh Gott! Ich muss das Outfit wechseln, ey! Das hier geht mir so auf den Keks, dass ich alle drei Sekunden sterbe. Nach zwei Schüssen oder so. Das ist einfach echt nicht schön. Oh! Boah! So, dann probieren wir das Ganze mal mit neuem Outfit und hoffen das Beste. Ich weiß zwar nicht, ob das tatsächlich die beste Entscheidung, die beste Taktik war, auch die Waffe zu wechseln, aber ich wollte einfach mal wieder den Bubbler haben, weil... also das Kugelschild... weil es mir so auf den Keks ging, dass ich ja alle drei Sekunden... den Löffel abgebe. ... 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 Ich springe hier einfach mal in meinen Tod, weil ist ja egal. Ich überlebe tatsächlich auch schon ein bisschen länger. Nicht unbedingt sehr viel, aber ein bisschen. Und vielleicht ist das ein bisschen genug. Auf der anderen Seite ist das jetzt mit der Waffe vielleicht dann wiederum neutralisiert, weil ich nicht so viel Angriffskraft habe und nicht so viel Reichweite oder sowas. Ich bin mir nicht sicher. Ah, das Kugelschild ist zurück. Und man sieht, glaube ich, es lohnt sich. Ich bräuchte so einen Fein des Dingsbums mit Kugelschild. Das wäre echt genial. Oh Gott. Ach, warum? Wie denn? Ach, komm schon. Vielleicht lebe ich doch nicht länger. Ich hatte ihn schon getroffen und dann treffe ich ihn einfach nicht mehr. Oh Quats, das gibt es doch nicht. Seit wann bin ich, warum bin ich so schlecht in Splatoon heute? Das gibt es doch nicht. Ich meine, guckt euch mal meine Punktzahl an. Die ist lächerlich. Na, das kann ich auch allerdings aktuell nicht unbedingt so. Ich komme zurück. Ja, wir haben das Match definitiv verloren. Und ich weiß auch nicht, was meine Teamkameraden die ganze Zeit gemacht haben, weil ich mich irgendwie hier mit 10.000 Leuten immer rund geschlagen habe und keiner hat irgendwas eins betont in der Zeit. Ich weiß nicht, was meine Teamkameraden die ganze Zeit was erledigt hat. Ich weiß nicht, was erledigt hat. Ich weiß nicht, was erledigt hat. Ich weiß nicht, was erledigt hat. Pro Spieler niedriger. Ich fürchte, die Leute, die keine Ananas auf der Pizza mögen, gewinnen hier Haus hoch. Also jetzt nicht nur in meinen Matches, sondern wahrscheinlich allgemein. Aber nutzen wir unsere übliche Taktik und werden hier relativ schnell wieder getötet, weil, wie immer, weil ich einfach nicht lebe. Es geht einfach nicht. Ich lebe einfach nicht. Es liegt in der Natur der Dinge, dass ich hier sterbe wohl offensichtlich. Oh Mist, da war ein Kraken. Unkönnen gepaart mit Pech heute. Unkönnen gepaart mit Pech. Leck mich doch am Bein. Wow! Ist das herz? Ah! Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich wusste nicht, ob mich das zurückschlägt oder nicht. Aber hey, der Plan hat funktioniert. Wir haben gewonnen. Ich muss einfach mal die Klappe halten, dann geht das auch. Ich wünschte, mein Team würde so oft wechseln wie das gegnerische Team. Ich meine, bei dem gegnerischen Team spiele ich wirklich immer mit anderen, äh, gegen andere. Allerdings ist mein Team immer das gleiche. Was, ich meine, prinzipiell, boah, ja, mein Gott, es gibt auch Schlimmeres, aber... Das ist dadurch halt auch immer, immer das gleiche. Also ich meine, wenn ich, wenn ich ein Team hab, ähm... ...gegen das ich nicht so, äh, mit dem ich nicht so gut kann, beziehungsweise... ...ja, dann... Ach, damit... Na gut, bei der gegnerischen Basis sollte man mit sowas rechnen. Ähm... Wie gesagt, es wechselt halt immer mal. Da hab ich mal ein gegnerisches Team, das ist ein bisschen besser. Da hab ich mal ein gegnerisches Team, das ist ein bisschen schlechter. Aber ich hab halt immer das gleiche Team. Das heißt, wenn ich grad ein schlechtes Team hab... ...oder die haben mich, eins von beidem... ...ähm, dann bleibt es halt dabei. Und das ist ein bisschen... ...das ist ein bisschen traurig irgendwie. Das ist ein bisschen traurig, das ist ein bisschen traurig. Ach, wo kommt der denn jetzt her? Und von so weit weg, das muss man sich mal angucken, ja? Der kam sehr überraschend und von wirklich weit weg... ...und hat mich einfach mit zwei, drei Schüssen erledigt. Das ist so traurig. Das ist echt so traurig. Ich hab extra... Ich hab extra ein bisschen... ...ein bisschen gewechselt, wenigstens, damit ich... ...wenigstens ein, ein, so... ...so Verteidigungsding hab. ...und es funktioniert trotzdem nicht. Es ist echt traurig. Ach, da war mein Schild nicht lang genug da. Aber so alles in allem... ...und ist es, das ströme nicht. Ich hoffe, wir haben gewonnen. Ich glaube es fast nicht, aber ich hoffe, wir haben gewonnen. Oh, yes! Sehr schön! Hat es funktioniert und ich denke, damit habe ich auch die nächste Stufe in meinem T-Shirt erreicht. 1500 Punkte lassen sich auf jeden Fall mal wieder sehen. Puh! Kriege ich doch noch ein paar gute Matches, denn das beruhigt mich sehr. Und ich hoffe, wir kriegen was Gutes. Das ist nicht unbedingt das, was ich gerne hätte. Ich meine, so oft wie ich hier sterbe, ist es vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn ich schneller wieder auftauche. Ähm, aber ja, mein Gott, lass uns einfach mal gucken, wie wir hier klarkommen in der Pina-Kothek. Und ich weiß mittlerweile übrigens auch, von was das Wort stammt, nämlich einfach tatsächlich von einer Pina-Kothek. Also es gibt wohl in echt eine Pina-Kothek. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber es ist wohl etwas, das existiert. Von daher, ähm, Mist! Wurde ich hier in der Mitte aufgehalten. Und ich würde damit fast schon sagen, das Match ist verloren. Weil ich glaube, die Mitte ist ziemlich verloren. Und das ist nicht gut. Wenn die Mitte so schnell, so früh verloren ist, dann ist das nicht gut. Seht ihr, die sind schon hier bei uns. Machen das genau richtig. Schnell ins gegnerische Gebiet. Weil die das erstmal wieder zurückerobern müssen. Oh Gott! Ich will doch nur überleben! Von so weit weg! Warum kriegen die mich von so weit weg? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das echt nicht. Das ist der Wahnsinn. Ich habe immer das Gefühl, ich stehe direkt neben denen, äh, neben denen und kriege sie nicht. Und die schießen mich von der halben Map entfernt weg. Mist! Das war nur Splatling! Och Gott, dammit! Aber ich sage ja, das Match haben wir verloren. Das Match ist sowas von verloren. Keine Chance! Und ich sage euch, wir haben hier auch keine Chance nochmal aufzuholen. Das hier ist vorbei. Das hier ist echt vorbei. Und ich weiß, dass da einer ist. Die Frage ist, kriege ich ihn auch? Oh, natürlich nicht. Weil es ist so ein verdammtes Splatling dann. Och Gott, dammit! Los! In der Luft? In der Luft! Von wo? Von da hinten? Oh, leck mich doch am... Ne, das da ist... Also... Würde ich wenigstens nicht immer von der halben Map entfernt sterben. Wäre das bei weitem nicht so frustrierend wie das hier gerade. Aber dass die mich immer von der anderen Seite der Mitte hier erledigen, das ist echt traurig. Vor allem sind die auch irgendwie überall. Oh, mein Gott! Vergiss das. Vergiss das, ey. So, neues Match, neues Glück. Mal gucken, dass besser wird. Ich bin auch immer noch nicht sicher, ob ich nicht noch mal zu meiner anderen Waffe zurück wechseln sollte. Aber ich glaube, ich bleib halt jetzt erstmal bei der hier. Nein, nein! Komm schon doch nicht von meiner Seite aus! Lauft! Lauft! Oh, das ging jetzt aber auch... Das ging jetzt aber auch schnell bei denen. Das bin ich jetzt hier irgendwie so gar nicht gewöhnt. Das war ich! Hier so lange überlebe! Oh, Gott! Gut, wenn ich das überlebt hätte, hätte es mich auf der anderen Seite auch gewöhnt. Das war ja... Ne, das ist seltsam. Ich meine, das war gerade genau das Gegenteil von dem, wie es sonst läuft, weil ich einfach ewig überlebt habe. Das ist seltsam. Es ist seltsam. Das ist seltsam. Oh Gott! Ich verstehe manchmal nicht, warum die Roller nicht einfach unter uns drüber rollen, sondern versuchen uns hier abzuspritzen. Da hinten ist auch noch was. Komme ich da irgendwie hoch? Ne, ich eigentlich nicht. Ich glaube, das ist nicht dafür gedacht, dass ich da hochkomme. Ich glaube, ich muss mal auf die Karte gucken, weil irgendwie fühle ich mich hier ein bisschen tot vor allem. Wo kam der denn jetzt her? Keine Ahnung, wo der plötzlich herkam, aber es ist vielleicht auch ganz gut, dass ich hier mal gestorben bin. Dann kann ich nämlich hier hinten noch ein bisschen aufräumen, weil hier ist irgendwie violette Farbe. Das finde ich uncool. Ich meine, ich habe prinzipiell nichts gegen violett, aber so aktuell ist es halt gerade ein bisschen unpraktisch. Oh Gott, oh Gott! Ich hatte das Schild noch nicht. Aber hier, das war wieder, warum rollt der nicht einfach über mich drüber, statt mich hier anzugreifen auf die andere Art? Keine Ahnung. Oh Gott, es war ein knapper, aber ein weiterer Sieg. Von daher bleibe ich einfach mal bei der Ausrüstung, die ich gerade habe, in der Hoffnung, dass es sich irgendwie auszahlt. Weiter geht's mit Pro-Ananas gegen Anti-Ananas. Quasi. Es geht um Pizza. Eigentlich geht's hier um Pizza. Kriegt zwar keiner mit, aber eigentlich geht's hier um Pizza. Übrigens gibt es glaube ich viele Leute, die die Sophia Loren Pizza-Sorte noch nie wirklich probiert haben, weil Ei auf Pizza klingt jetzt, das muss ich zugeben, auch erstmal ein bisschen seltsam. Aber ich kann nur empfehlen, probiert das Ganze mal. Es lohnt sich, glaube ich wirklich. Also, was heißt, ich glaube, es lohnt sich wirklich. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es sich lohnt. Einfach schon durch die Tatsache, dass ich es halt öfter schon probiert und gegessen habe und es eigentlich echt lecker ist. Hier war ich auch noch nie. Hier oben war ich echt noch nie. Das ist auch wieder so ein Punkt, wo ich eigentlich nie sein sollte, oder? So rein vom... vom Oh Gott! Was mache ich denn hier? So rein vom Spiel her. Ich habe gerade ein bisschen über sich verloren. Wo bin ich? Wer bin ich? Hallo? Oh Gott! Oh Gott. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay. Mal gucken, ob wir die nächste Ananas-Stufe noch erreichen, bevor wir hier enden. Auf jeden Fall werden wir noch die nächste Inkling-Stufe erreichen. Das ist definitiv. Oh Gott. Keine gute Idee hier. Keine gute Idee hier. Ich muss... Da waren... Wie viele Leute waren da von dem gegnerischen Team? Alle? Gefühlt alle. Auf jeden Fall zu viele, als dass ich da einfach mich hätte durchschleichen können. Warum ist denn hier schon... Woher? Wo ist der? Wo zum Geier war der? Ach... Ach... Das Schild hält lange. Ähm... Das ist echt bitter. Das hier ist echt bitter. Ich hab keine Ahnung, wo die plötzlich alle hergekommen sind. Aber es hat auf jeden Fall gut funktioniert. Von daher schleiche ich mich hier mal durch. Und hoffe, dass meine... Schnell... ...Schwimmigkeit... ...die mir tatsächlich das Leben rettet. Alter... Gehs mir auf den Keks. Mist! Hab versucht hier durchzubrechen, aber relativ... ...relativ erfolglos. Ach komm schon. Ich hab nicht mal das Gefühl, dass ich wirklich so viele Matches verliere hier. Ich gewinne viele Matches, aber es macht echt keinen Spaß heute. Das Plädtfest hier macht echt keinen Spaß. Also auch die Matches, die ich gewinne, machen nicht wirklich Spaß. Es ist irgendwie einfach nur... Es ist einfach nur stressig. Unde wird einfach nur das Pipat daheim. Unde ist einfach nur das Pipat pins. Auch ein Schuss! Perf kah, wenn wir mal! Nachbar sind. ACH, GOTT! Weißt du, da kommen sie mit ZWEI Leuten hinter einem her. Mit ZWEI Leuten. Dass hier bloß keiner ausbricht… Aber wisst ihr was? Ich breche trotzdem aus. Mist. Ein bisschen Rache wollte ich wenigstens noch. Oh Gott, noch eins. Ich spiele noch ein bisschen, aber wie gesagt, Spaß macht das Splatfest hier nicht. So, dann versuchen wir es mal wieder im... ...Arovana-Center. Hatten wir ja auch länger nicht mehr die Map hier. Mist, ich wollte mein Schild noch aktivieren. Ich hatte das Schild nämlich schon. Und ich konnte das Timferno nicht aufhalten. Das ist natürlich bitter. Äh, okay. Wo bin ich hier? Wie bin ich hier hochgekommen? Aha, okay. Interessant. Okay. Ähm, cool. Schätze ich. Oh, meine Nase juckt. Oh Gott, meine Nase juckt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich gehe mal hier hin, was sich definitiv als Fehler wahrscheinlich herausgestellt hat. Aus der anderen Seite. Vielleicht auch nicht. Ähm... Vielleicht auch nicht. gehen. Ich will hier hinten mehr Orange. Wenn es vielleicht eine schlechte Idee ist, der schießt so weit. Der schießt so weit. Alter. Ach komm schon. Aber hey. Ein extrem knabber Sieg, aber immerhin noch ein Sieg. Auch wenn, naja, na, na, naja. Ist okay. Passt schon. Passt schon. Und eine neue Stufe haben wir auch noch. Ja, Stufe 19. Von daher immerhin das haben wir geschafft. Jetzt fragt sich nur noch, wie lange ich hier überhaupt noch spiele. Okay. Okay.